mein gott hier wieder vor der dschungel auch das geht ja fünf stück jetzt auch erst mit der mini dann ausschalten und vor allem sollte man gucken dass keiner von denen einfach ins flugzeug steigt und abhaut und das macht die wohnen ja immer das hat er gut gemacht ja mit dem mit der mini ganz erst warte ich habe den scharfen wir gleich warte stehen bleibt vorne den in dem in dem links hier machen man scheiße treffer man hat wir beide haben ich habe mich auch drauf geschossen ja ich weiß mein schuss aber der letzte der hat er letztendlich getötet als ob ich ihn so wo seid ihr meins hallo los leg dich auf den flügel hat einer von euch auf der flugzeug geschossen aber auch das so schön keine ahnung soll ich mal looping machen das ist ein kunstflieger oder so ein markierungsflieger seid ihr raucher nicht mehr aufgehört soll ich mal eine fassrolle machen hier soll ich mal eine fassrolle machen fünf sekunden später einsatz geschlagen zerstört wo müssen wir denn da jetzt bitte landen wo du machst das schon ich fliege das mal ein bisschen von der seite an ich versuche es auf jeden fall es ist auf jeden fall eine art landebahn ja und da ist auch eine zugehör kiste wo wir neues das klingt immer sehr gut das problem ist ich drehe mal mit drehe mal mit dem irgendwie das sieht so komisch aus warte mal ich habe ein bisschen angst dass wir ins wasser stürzen du hast nur einen versuch ich glaube das was sie meint ist wenn du das zu doll machst dann kriegst du einen stromabriss und dann macht das ding ja schon klar ich will da kein druck machen aber du hast nur einen einzigen versuch das ist ja schön weißt du super imo aber das sieht gut aus jetzt die speed müssen rausnehmen oh 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 moment ich muss ja noch zu dem punkt das die frage ist kommen wir dahin nö hat gepasst heli ist mir ein deutsch lieber wir lassen das ding einfach so stehen ja und ihr könnt ihr ja auch gleich nehmen ich hoffe ihr kommt alle ran aufgeladen haben wir sonst noch immer zum holen mp5 so gut ist sie aber nicht da habe ich jetzt aber meine normalen waffe so weiter geht's ich war schon mal hier ihr kriegt das gut hin hier oben sind gleich drei story einsätze aber wir wollten jetzt noch was anderes aber heli fliegen ist definitiv angenehmer als flugzeug die frage ist das nehmen wir dass wir sind und die datei die heini könnte hier zwischendurch mal landen als bei mir markiert ich bin mir immer so ganz sicher ob das jetzt meine markierung annimmt immer den treibenden 4,1 kilometer an die genau andere richtung ich habe mal ich habe meinen punkt wir müssen uns schon einigen auf irgendeinen punkt ja 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 ich habe jetzt den rebellen sonder mit angenommen alles gut es ist bei bella selber oder ich weiß ich sehe jetzt nur den punkt den kevin markiert hat kannst du dir noch mal kinder hat das was ich guck also gerade wurde ist jetzt ist ja oder so jetzt immer doch alle in der mission also ja passt also da wo es ist ja nein hinter dir pk 4,1 kilometer liegt eigentlich mitten im wasser das könnte es mal weg machen das kann ich dir rutsch machen ich weiß es nicht ich wollte die eigentlich weg machen kann ich ja nicht irgendwie weg machen doch du musst einfach nur wieder auf das auf das gleiche a klicken okay ich dachte einfach wenn immer in die gegend okay deswegen war das eigentlich passiert worden ihr wackelt so schön hinten das ist glaube ich die stadt wo wir eben durchgefahren sind wo du gesagt hast da ist so viel los weil das hier unten sind noch die felder wo wir gerade waren oder nicht das kann wirklich sein ja ich würde mal sagen ich lande einfach mal hier unten auf diesem das daher diese freifläche die da ist ja und dann gehen wir langsam richtung stadt die frage ist aber hier um den berg nehmen könnten die war wo wir von oben weg arbeiten können ja genau einfach mal kurz bei den bauern landen servus servus gehört hier und hallo bitte nicht so wir müssen da runter ja ich werde mal drohne fliegen lassen ja das mache ich jetzt auch wenn ich jetzt hier nicht ich gehe mal gerne gerade auch viel 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 gegner sind da nicht aber die kommen bestimmt was ist bestimmt so ein sender wo wird dann ja ja angriffsverteidigung und so ja das ist genau so was ist das sei wird nämlich jetzt nicht sein also können wir da jetzt einfach hin hier ist absolut nichts die kommen erst noch naja wo gesagt das ist aber hier hallo starte noch nicht den sender mal eben gucken woher die munitionskisten sind dann war das weiß hier hinter mir so waffen position und hier ist irgendwo auch noch was grünes ja es ist auch gerade hier ist auch nach dem markieren so mal irgendwie so ein bisschen entdeckung gehen hier also ich bin ich bin bereit ich suche meine position noch könnte man hier hin ich habe eine etage höher kommt man hier oben auf dem balkon stehen irgendwie werde ich gerade schon gesehen ja auf der straße ist ein auto in verwandt oder so wieso bin ich denn jetzt gejagt ich weiß es nicht da ist schon wieder vorbei so ich gehe mal hoch ach da bist du schon okay ja noch nicht kommen wir alle da hoch die dicke liegt hier wieder weg weiß vor allem von käffen wir das sagen zu lassen schnauze die kam ich gerade nicht vorbei nicht du an mir also ist das vollkommen gerechtfertigt ich dachte ich mache das mal so genau mache ich jetzt mit dem anderen auto auch sie wird es getötet um sie ich versuche hier mal mit der drohne zu markieren und wir kommen jetzt von allen seiten hier wie das aussieht hier scheppert gerade alles ich habe den falschen knopf gedrückt ich habe den falschen knopf gedrückt danke der sommer war alles gut gleich geschaffter da kamen sind noch ein paar rebellen zu unterstützen ja da hinten kommen noch welche da kommt wieder ein auto warte mal das auto hol den granat werfen wir nochmal raus Achtung wo sind sie denn ach hier geht doch mal aufs weg leck mich doch am sack freut mich der wen freut mich ok entschuldige so nochmal schnell zur munitionskiste gehen also ich würde noch sagen eine kleine mission dann bin dann wäre ich raus für heute ja jo ich komme gerade nicht so aus der drohne steuer kurz nach oben das mache ich die ganze zeit passiert nichts ok so dann würde ich sagen noch mehr gegner hier dann raus ich wollte gerade gesehen irgendwo sie gegner hier vorne scheinbar weg so hier hast du schön ähm oh unidad helikopter schnell in deckung ich sitze schon mal im auto hier ich warte mal hier im auto in einem gelben ja ja oh da ist noch eine zugehörkiste mal schnell noch hingehen die will ich noch haben ja aber jetzt gegner kurz links habe ich auch noch nicht warte mal ich bringe mal das auto mit ja ja wie geht zu fuß ich hole mir das ich hole mir die die links auch noch passt auf hier oben ist ein bisschen was rot ich habe das auto schon mal dabei ja so so wo könnte man denn jetzt noch hin da hinten konzoy nein das dauert zu lange hast du konvos ja ich sitze schon mal wir können ja hier drüben hingehen da sind noch ein paar aufklärungsdaten habe ich mal markiert für euch auch zu sehen das b ja wow 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 ich will was das wollt ihr das wir können auch wechseln kev uns tauschen mit marcus tschüss jetzt ist marcus gerade ausgestiegen warte oh das ding reagiert er sofort warte ich hätte auch fahren können ja dann fahr du gut dir mit im gefeindes gebiet steig ein jetzt ja ja bitte ein kaffee hm 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 alter blendet blendet die nasse straße na das ist aber gut von der grafik her das merkt man schon ein bisschen hier links ist es ja ja das ist das wo die drei punkte waren ja das machen wir dann aber noch mal irgendwann in ruhe da ist noch einer genau da da ist noch einer genau da da hinten ist ein informant wieder scharfschütze habe ich scharfschütze habe ich mach leg dich doch mal und da ist noch mal ein bisschen das ist auch ein bisschen ein bisschen Die bekämpfen sich untereinander gerade. Auto. Ich werde gerade gesehen. Ich will gerade dieses ganze Gestrubstig gar nicht. Genau, dann im Moment kommt eine Granate hinterher von denen. Ich glaube, ich glaube, die greifen sich auch gerade ein bisschen gegenseitig an. Guck, es ist ein 6-Auto, Leute. Der Taxi, ey. Ist das schon oben, Markus? Ja, ich habe die Daten schon. Hi. Da hinten ist noch ein Informant und ich versuche mal, ob ich den... Ja, der ist mittendrin, oder? Ach ja, das war aber doof gelaufen, was ich hier gemacht habe. Wir essen da hinten doch tot. Ach ja, und? Hier vorne steht noch einer an der Straße, Gewinn. Also hat sie ihn in einen Reifenstapel gesteckt und angezündet. Moche ist seither ja auf Plastung. Ja, war laut. Genau, der hat mich gedötet. Ja, nicht nur der, sondern da wird noch mehr auf mich geschossen. Ich fühlte mich gerade. Ja, dann sicher. Ja. So, wer liegt jetzt da unten? Oh, nein. Ach nee. Oh, ich bin... Oh. Uuuuuh. 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 Uuuuh. Uuuuh. Uuhuh. Uuuuh. Uuuuh. aber die gehören ja nicht jetzt über diese mission habt ihr schon die waffenkiste hier vorne ich wollte erst mal hier kann man erfahren damit wir die unitad noch fertig du musst mal still halten kämpf sonst kann ich nicht schießen okay wir sind schon im dorf drin da kommt noch ein auto aus der richtung kannst du den kompletten andersrum geht schon aber da kommt noch eins okay müssen alle seine hat sich erledigt schöne grüße an greta da kommen wieder zwei autos leute wissen sollte es verschwinden ja lass uns mal vielleicht nach hinten abhauen hinten aus dem dorf raus vielleicht oder ich muss nicht verschwinden ich bin mal hier nach hinten weg ja 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 wir sollten natürlich mal wobei die gerade angegriffen werden von unseren leuten einfach hoch auf den berg hier würde ich sagen genau bin ich auch dabei gerade da ist noch eine straße es wird immer steiler hier oben dann fuß auch so ist das ein fußweg du brauchst du nie mal den fußweg ja das wann dann ist das so dann war es das ja für heute erstmal ja gut würde ich sagen das haben wir schon besser eingestellt als angestellt als der zimmer so hurra hurra bis zum nächsten naja ich werde schon mal auf dem spiel raus ne